Keine Rettungsspur. Den Antrag, den vier Ortsbürgermeister an die Stadtverwaltung gestellt hatten, über die Muldebrücke in Dessau-Rosslau eine Rettungsspur einzurichten, wurde nicht stattgegeben. Die Begründung lag in der fehlenden Statik des maroden Bauwerkes. Viele Menschen in Sollnitz, Mildensee, Waldersee und Kleutsch befürchten, dass die Rettungskräfte wegen der Verkehrseinschränkungen auf der Brücke nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen zwölf Minuten vor Ort sein könnten. Der Rückweg bzw. Transport in das städtische Klinikum würde ebenfalls viel zu lange dauern. Stadtrat Lothar Ehm fordert die Verwaltung auf, mit einer Katastrophenübung die Notwendigkeit einer Rettungsspur zu prüfen.